Wird der DAX in diesem Jahr nochmal 20% plus machen oder passiert etwas völlig anderes? Die Antwort auf diese Frage könnten vielleicht unsere Anleger geben, die wir befragt haben. Hallo Joachim, bei unserer ersten Erhebung heute in 2024 fällt vor allen Dingen auf, wie viele institutionelle Investoren auf die Shorts-Seite gegangen sind. Haben die nur so getan, als wären sie optimistisch im vergangenen Jahr? Ich meine, der DAX hat sich ja kaum bewegt seit der letzten Erhebung am 20. Dezember. Ja, Edda, in der Tat, wir haben es hier also zum Jahresanfang natürlich mit einer Sondersituation zu tun. Erstmal der Börser-Frankfurt-Sendment-Index, der ist richtig in den Keller gegangen. 29 Punkte ging es nach unten auf einen neuen Stand von minus 35. Und am Jahresanfang bzw. am Jahresende wird ja bekanntlich bei den institutionellen Investoren immer ein Schnitt gemacht. Da ist das Jahr zu Ende, da wird dann alles verbucht und verrechnet. Und natürlich dann auch hier oben mental wird abgeschlossen. Die Gewinne werden verrechnet, die Verluste werden realisiert, alles im Kopf zu großen Teilen. Und dann kann man im Prinzip wieder frisch anfangen. Und die Investoren, die Institutionellen, die haben frisch angefangen, sind auf die Shorts-Seite gegangen. Vermutlich auch, weil der DAX zumindest in den vergangenen Tagen ja nochmal den Versuch gemacht hat, da an die 17.000 ranzukommen. Es hat nicht ganz geklappt. Vielleicht auch deswegen, weil man Short gegangen ist, weil man sich gesagt hat, na, das ist ein guter Referenzpunkt. Also allzeithoch und die 17.000 vor der Nase, da gehen wir lieber mal Short. Dann haben wir natürlich noch Ereignisrisiken, zum Beispiel heute das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank, dann den Arbeitsmarktbericht in diesem Jahr. Und deswegen hat man hier stark risikoavers begonnen. Bei den privaten Anlegerinnen und Anlegern sieht es anders aus. Da zeigt sich vor allen Dingen Kauffreude. In der Tat, es ist so. Und die privaten Investoren, die privatanleger und Anlegerinnen, die müssen natürlich diesen besagten Buchungsschnitt nicht machen. Deswegen sieht es dort auch ein bisschen, ja, es sieht deutlich anders aus. Wir sehen hier eine Zunahme im Börse Frankfurt-Sentiment-Index der Privatanleger um 11 Punkte auf einen neuen Stand von plus sieben. Da gab es gleichermaßen bei den Käufern Zuwachs von den vormaligen Bären und von vormals neutral eingestellten Investoren. Also im Verhältnis 50-50 etwa. Unterm Strich, was glaubst du, können die vielen professionellen Bären jetzt den Anstieg weiter befeuern? Also ich glaube zunächst einmal, dass das hier das Gros der Investoren nicht auf eine große Trendwende beim DAX setzt, sondern auf einen Rücksetzer. Und dieser Rücksetzer, der sollte sich so abspielen in einer Größenordnung. Naja, wenn man hier 16.350, 16.400 Zähler sehen würde an der Unterseite, das wäre für manch einen schon genug, um die Short-Position wieder einzudecken. Also es wird hier nicht um ganz große Positionen gehen. Am Anfang des Jahres ist man ja dann eher ein bisschen vorsichtig. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wenn wir hier weiter hochgehen sollten, dass es hier zu einer richtigen Short-Squiz kommt. Das kann sein, weil ich die Positionsgrößen einfach nicht kenne. Aber tatsächlich ist es so, dass diese erste Jahresanfangspositionierung natürlich gut ist für den DAX, vor allen Dingen, weil sie vergleichsweise extrem ist. Das heißt also, man wird ja auch nicht allzu lange warten, wenn die Rücksetzer nicht kommen sollten. Also insofern sieht es eigentlich positiv aus. Viel positiver, als es uns die Stimmung der institutionellen Investoren momentan vermittelt. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Gerne.